Moin Moin, hier ist mal wieder Bernhard von Leitzburg. Ich grüße euch. Wie ihr seht, habe ich hier einen LKW mit zwei Späler dran und hier unten seht ihr rechts vier verschiedene Fruchtarten geladen, Sojabohnen, Mais, Waps und Sonnenblumen. Damit wollen wir es mal zur Bäckerei fahren, um zu sehen, dass man dann mal wieder ein bisschen Geld bekommen. Okay, dann wollen wir mal los. Erst mal gucken, wo die Bäckerei ist. Okay, es geht los. Amin war's. Sohra. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier mit dem Entleeren des Trainers und sowas ist ein bisschen Übungssache. Das geht nicht so wie in LX-17, dass man einfach vorgekehrt und dann auf E-Trip automatisch die einzelnen Kammern empfährt. Da muss man so ein bisschen in und her sortieren. Das geht nicht so wie in LX-17. Das geht nicht so wie in LX-17. All right. Das geht nicht so. Das geht nicht so. Das geht nicht so. Das geht nicht so wie in LX-17. Das geht nicht so wie in LX-17. Das geht nicht so wie in LX-17. Das geht nicht so. Das geht nicht so wie in LX-17. 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 Okay. Der haste natürlich auch passiert. Der hat Luft von LX-17. Aber ich weiß nicht, was wir da machen. Jetzt weiß nicht so ein bisschen wie in LX. Hier essere gut Oil ist. Also muss man drei clinics bis ins Fellien und gef барпos gehen. das von U drücken, damit man den vordersten Silo, in den vordersten Kammern nimmt. Gucken wir rein, in zwei Kammern. Die müssen natürlich nicht wert werden. Also runterfahren und dann den nächsten Trailer nehmen. Die müssen alle gerüstungen bekommen. In der nächsten Phase gibt es noch einen Berkschernung. Das ist auch ein Berkschernung. Dermohren der in der Frühstück. Das ist ja auch ein Berkschernung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ich bin die erste zeit auch hier waren auch beim beladen ist genau das gleiche musste auch verschiedene möglichen deswegen ist das auch immer ab und ein trader zur beladestelle war und dass ich dann am einfachsten zu laden na gut ich bedanke mich jetzt noch fürs zuschauen war nicht so lange ich wollte das euch zeigen hier jetzt mit diesen dreh lang und diesen mod funktioniert und ich bedanke mich und sage moin moin euer bernard flanzberg bis zur nächsten folge ciao ciao